1. Schöne Farbe, das kriegst du wieder! Dann bist du auch Barbecue-Soße. Dann bist du auch Barbecue-Weier? Sehr schön. Schützebrüder, wir werden jetzt diese jungfreundliche Mütze hier auf der Sturm übergeben und unseren lieben neuen Schützebrüder werden... Soll ich übernehmen? Wir haben hier einige sehr schöne Dinge angerichtet, wenn ihr kurz mal schauen wollt. Wunderbar, noch eine Erdbeere reinquetschen. Hallo Hecki, ein Erdbeerchen, ein bisschen Vitamine für die Gesundheit hier. Und Asche haben wir schon mit drin. Keine Kohlenhydrate, keine Kohlenhydrate. Ein bisschen Sen für die Farbe. Wunderbar, kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Oh, 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 oh! Sehr schön! Du solltest nachher nicht in die Wehe von Möwen gehen. Du solltest nachher nicht in die Wehe von Möwen gehen. Das war die Kategorie Böse-Paufe, oder? Nein, geht noch. BDI-Paufe ist böse. Da ist noch nicht durchgegangen. Kein Würstchen. Sehr schön. Ausbringen, ausbringen. Noch einmal richtig rein. Auf den Rand schön. Oh, hörend. Ausgießen. Sehr zum Wohle. Den müsst ihr auch mal machen. Wir sind live. Ja, das haben wir auch mal drin. Oh, wo ist denn Autoöl? Wer? Der Öl kommt nicht rein. Wer? Der Öl kommt nicht rein. Alles gut, macht euch keine Sorgen. Kein Würstchen. Oh, wunderschön. Wunderschön, wunderschön. 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 Die sind sehr, sehr gut. Oh, sehr edel. Wunderschön. Ja, jetzt wird's flattet. Jetzt wird's flattet. Jetzt geht's flattet. Wir begrüßen unseren lieben Oliver. Unser deutsch Mitglied in der schönsten Kompanie. Komm, was war das schützen bei? Mit einem dreifachkräftig stottern. Hoi! 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 Yes! Okay! Sehr schön! Super! Sieht gut aus! Sieht gut aus! Steigge? Ja! Wir haben es denn jetzt angezogen? Wie greift. Wir kommen ja wieder.